Hi Freunde, willkommen zurück hier in No Man's Sky. Leider ist mir in der letzten Folge mal wieder das Spiel abgeschmiert, weshalb ich jetzt nochmal da runter muss. Und das Wörtchen abholen. Mal schauen, ob das überhaupt das gleiche ist. Welches war es eigentlich das letzte Mal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Mhm. Diesmal ist es Abscheulichkeit. Okay, ist das gleiche. Glaube ich. Dann hoffe ich jetzt mal, dass das Spiel nicht wieder abschmiert, wenn ich da hochrenne. Und in mein Fliegerchen reinsteige. Und losfliege. Und wegfliege. Nein, schmiert nicht ab. Was sind denn das für weiße Linien da vorne? Äh. Ach, das wird das Zeug sein. Okay. Dann passt's ja. Wo fliegen wir denn hin? Wo fliegen wir hin? Wo fliegen wir hin? Absprungkapsel, Absprungkapsel. Was war das? Keine Ahnung. Ich weiß, dass hier auch gerade ein bisschen ruckelt. Vielleicht war es ein bisschen... Oh, da unten ist auch ein bisschen... Ja. Vielleicht war es genau dem. Und dann fliegen wir... Und gut, nee. Was anderes als Absprungkapseln gibt's ja nicht. Fliegen wir davor. Dann können wir noch bei der Ruine vorbei. Ein bisschen das Land erkunden. Vielleicht noch die restlichen Türchen finden. Zwei Fällen ja noch. Und... Dann verziehen wir uns auch wieder von dem Planeten. So. Ich brauche auf jeden Fall mal einen Händler. Oder eine Handelsstation. Oder auch nur so eine Handelskugel mitten in der Pampa. Irgendwas, wo man halt... 40 Plätze. Yeah. Irgendwas, wo man halt hier so ein bisschen... Sachen verkaufen kann. Ach ja. Habe ich das noch? Ja. Gut. Dann ab zur Ruine. Obwohl da... Ach, da ist auch noch eine. Das habe ich auch schon. Haben wir hier Vögel schon gesehen? Vielleicht gibt es ja noch Vögel irgendwo. Gautheftal. So. Ein Krakra bekommen. 41 Plätze. 280.000. Ai, 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 ai. Viele Plätze sind ja eigentlich gut, aber... Na gut, wenn ich viele Plätze habe, worauf ich schon kein neues Schiff mehr. Vorerst. Hm. Da vorne gab es glaube ich noch Tierchen. Habe ich zumindest gesehen. Ja, fliegt schön oben drüber. Statt unten durch. Macht ja auch viel mehr Spaß. Kurz hier zwischen landen. Habe ich schon. Komm, wir gehen noch ein bisschen zu Fuß. 15 Minuten. Ai, ai, ai. Darüber oder da? Hm. Ich gehe erst mal da hin. Da gibt es aber keine Tierchen. Alles giftig hier. Richtig grün giftig. Grün. Da vorne gibt es ein bisschen mehr. Gehe ich jetzt kurz darüber und dann gehen wir davor mal. Okay, schon wieder. So. Ua, yerat. Morast. Ua, yerat. Ua, yerat. Ua, yerat. Nummer 42. 290.000. Die werden immer noch teurer. Und nicht nur in kleinen Schritten, wie mir das gerade vorkommt. Plutonium könnte ich brauchen. So. Ähm. Wo wollte ich denn jetzt hin? Drüben gibt es ein paar Tierchen. Da drüben auch. Ich glaube, ich gehe da rüber. Da wäre das Ding da. Wie weit? 2 Minuten 17. Hm. Naja. Geht es eben da rüber. Hoppala. Hm. Fliegendes. Da oben gibt es was. Grün. Ich gehe mal kurz darüber. Das ist mal so eine Kapsel. Auch bekannt. Grün. Grün, grün, grün. Grün. Habe ich in der Höhle schon was gefunden? Ich glaube, ich gehe ja jetzt da nicht in die Höhle rein. Auch wenn da eventuell etwas drin ist. Das ist ja... Oh. Da. Da drüben gibt es was. Aber das wird in der Höhle drin sein. Oder auch nicht? Oder auch doch. Oder auch nicht. Ja. Ups. Ähm. Wo sind die da? Höhlenvieh und das da eventuell? Ja. Das ist eins. Das Ding gucke ich mir jetzt kurz an. Aber ich glaube, wir erst kurz in die Höhle reingucken. Da ist auf jeden Fall etwas was in der Höhle drin. Ähm. Da vorne. Vielleicht auch nicht in der Höhle. Da unten. Oh je. Noch mal so ein Ding. Hey du. Hey du. Wie sah das Ding da oben aus? Wenn ich es noch finde. Ui. Ganz groß. Okay. Bisschen größer. Sollte das ein Pferd sein. Oder seid ihr zwei das gleiche? Könnte. Naja. Ist nicht unbedingt das gleiche. Sieht vielleicht ein bisschen gleich aus. Aber ist nicht das gleiche. Der hat eben seine Hörner sehen anders aus. Minimal. Aber sonst sieht es eigentlich ziemlich gleich aus. Füße. Sehen glaube ich auch gleich aus. Gold. Danke dir mein Schatzilein. Wo wollte ich denn jetzt hin? Keine Ahnung. Vögel. Yeah. Ich habe alles. Ich habe alles. Ich muss ja nur noch keiner kriegen. Oh. Was sind denn das für coole Dinger? Ach du dummes Stück. Nee. Tod. Hinter dem Stein kam sie irgendwo runter. Da. Sieht aus wie eine Möwe. Wir haben alles. Wir haben alles. Wir haben alles. Wo ist mein Schiff? Wo ist mein Schiff? Äh. Äh. Ach. Hast du wieder was gefunden für mich? Das war's glaube ich nicht, oder? Ähm. Keine Ahnung. Hast doch nichts gefunden. Na ja. Egal. Schifflein. 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 Wo ist das scheiß Schifflein? Drüben. Da findet er was. Und zwar. Äh. So ein riesen Inventar und schon wieder voll. Titan. Zwei Stück. Na super. Das da. 22 Minuten. Das da. Zwei. Zwei Minuten. Okay. Kann ich noch mitnehmen? Ich sollte ja glaube ich nicht dahin, sondern dahin. Doink. Ach ja. War ja klar. Dass das wieder kommen muss. Es gäbe ja eventuell ein Beta-Branch. Oder wie das heißt. Experimental-Branch. Das ich probieren könnte. Wegen den Rucklern. Aber. Ich weiß nicht. Wie das ist. Wenn ich jetzt gerade hier so schön aufnehme. Ob dann die ganze Aufnahme vom Arsch ist. Ruine. Juhu. Wieder oben drüber. Da ist eins begraben. Halb. Raubschiff gelernt. Das Wort für ein Schiff zumindest. Ist. Das da noch. Das Wort für Händler. Und da. Da kommen wir glaube ich wieder ein Wörtchen. Die. Die Aliens. Die opfern scheinbar nicht ihre. Irgendwas für ihren Gott. Oder so. Die wollen einfach nur ihre Sprache weitergeben. Gag-Wort für Druck. Oh. Ich habe so einen Druck auf der Blase. Oder auf was auch immer. So. Wohin. 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 Gibt es da noch ein Ding. Vorne. Düsen wir da auch noch kurz hin. Vielleicht noch bei der Operationszentrale vorbei. Und dann geht es ab ins All. Zum nächsten Planet. Ich glaube ich könnte sogar erst zur Operationszentrale gehen. Oder? Ja. Da drüben war ich schon. Juhu. Juhu. So. Dann schauen wir mal. Da ist schon offen. War ich da schon drin? Da war ich scheinbar drin. Da habe ich nur vergessen das Ding da zu machen. Oder auch nicht vergessen. Hm. Na ja. Egal. Manchmal kapiert er das Zeug nicht. Ach scheiße. So. Wohin. 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 Darüber. Da war ich bestimmt auch schon, oder? Das sieht so ausgebleicht aus. Dann laden wir mal kurz unsere Tierchen hoch. Wie viel bekommen wir? 175.000. Lass da hochladen. So. Tierchen. Sind das alles? Das da? Nicht. Oder? Ich glaube nicht. Nein. Da bekomme ich nur 500 und da 2500. Nächste Seite. Das da nicht. 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 Okay. Seite 3. Habe ich noch einen Bär. Oder so irgendwas. Das könnte schon ein Bär sein. Was war das andere? Genau so. Der Kopf sieht glaube ich ein bisschen anders aus. Der hat ein Horn auf dem Kopf. Das nennen wir Hörnchen Bär. Keine Ahnung, ob ich das schon habe. Und das da ist einfach nur ein Bär. So. Dann haben wir das Ding. Das könnte das da sein. Glaube schon. Ja. Auf jeden Fall. Das ist ein Rückenstachel. Hund. Oder machen wir mal nicht mehr Hund, sondern Koyote. Rückenstachel. Koyote. Und das andere ist ein... Rückenpanzer oder Koyote. Rückenpanzer... Koyote. Dann haben wir da das da. Das ist dieses Pferd, glaube ich, gewesen. Oder? Nein, das war das da. Das ist irgendein Fuchs. Das ist irgendein Fuchs. Pferdefuchs. Der hat nämlich auch solche Füße. Der hat nämlich auch solche Füße wie ein Gaul. Kopf, Schmuck, Schmuck, Pferdefuchs. Kopf, Schmuck, Pferdefuchs. Gibt es eigentlich einen Fuchspferd? Irgendwas sagen manche zu einem Pferdfuchs? Fuchs, Pferd, Pferdefuchs. Fuchs, Pferd. Hm, keine Ahnung. Egal. Pferdefuchs. Und das da... Ist das gleiche, oder? Ja, ich glaube schon. Das ist ein... Kopf, Schmuck, und das... Einfach nur Pferdefuchs. Pferdefuchs. So. Dann haben wir... Dieses genmanipulierte Rattenvieh. Ach, scheiß drauf. Genmanipulierte... Und es ist einfach nur...